herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind mal wieder lausitzregen late night mittlerweile ich mir tatsächlich angewunden late night zu sagen ja sehr gut ich war eigentlich der l8 vertreter jetzt mittlerweile ist sie late night wieder mega geiles event gestern allerdings nur regen dafür heute umso geiler kurze unterbrechung war ich wieder gefahren wir hatten uns eigentlich vorgenommen diverse videos hier zu machen klappt irgendwie nicht ist einfach so eine familiäre sache hier immer von allen seiten überall leute man unterhält sich man spricht man tauscht sich aus und so weiter und zack ist der tag eigentlich schon wieder rum plus werdet ihr gleich hören es ist auch wirklich so laut es ist auch wirklich schwierig zu filmen deswegen haben wir uns überlegt genau das gleiche wie letztes jahr wir wollen es natürlich euch trotzdem zeigen das heißt maxi bereitet ein bisschen cinematisch das event vor wir schauen mal was da so geht material ist auf jeden fall viel da video dazu letztes jahr war ja schon geil und ja ich glaube das ist das beste weil die ganzen autos hier sind alle so krass dass es eigentlich auch zu schade ist die so auch schnell so ein bisschen vorzustellen sondern da würde ich lieber beibehalten dass wir die autos schon einzeln immer vorstellen wie wir das halt die ganze zeit gemacht haben und wir selber sind gar nicht gefahren wir heute morgen müssen mit dem xo auf der rundstrecke haben zwar den golf 3 mit aber ja von antrieb viertel meile in dem ich sag jetzt mal straßen drin ist halt einfach sinnlos deswegen sind wir da bisher noch gar nicht mitgefahren aber trotzdem aber trotzdem late night mega geil mega geil ist krass ist immer wie viele gülfe es einfach gibt ja das ding ist auf jeden fall auch krass toyota zugüber mit feilschirm hinten dran und so schon schön witzig aus irgendwie ne? ja auch vorne ein scheinwerfer weg für luft also gefühlt allrad gülfe gibt es hier wirklich ohne ende ja die akustik ist einfach eine eins hier ja komplett ist es so geil muss man einfach so sagen ja ich würde sagen genug quatsch mega geiles event irgendwann wieder froh dabei zu sein danke dass ihr alle da wart war richtig viel los das ist zoweit für ein auto was ich euch eigentlich vorstellen wollte von patrick e30 mit v10 nein echt? ich habe mich schon gewundert ja 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 ist v10 drin ja ist v10 drin da müssen wir auch mal hinfahren also das müssen wir euch vernünftig zeigen yes guck mal geil dieser v10 klingt ne? so in diesem Sinne ich würde sagen wir gehen jetzt in einen reichen Übergang vor und ab komm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.